Nein, nur mit Musik. Es gibt aber noch jede Menge Musik, nämlich da in diesen kleinen Plastik-Vier. Wer Lust bekommen hat auf ein Album, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Wir kommen jetzt runter zu uns. Wir machen Fotos, wir haben Plakate. Was haben wir noch? Gute Laune. Also egal, was ihr möchtet, wir sind hier... Bargeld. Bargeld? Du hast Bargeld, was? Du hast Bargeld, was hast du mir vergessen? Ich hab mich so ausgelassen. Also, vielen, vielen Dank, Magdeburg. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen eine schöne Zeit machen. Und wie gesagt, Album hier und wir sind hier. Bis gleich. Bis gleich.